okay nicht so lang vorgehalten das weizenfeld ist auch ein bisschen klein ach so rechtsklick naja das muss ich auch mal erst mal wieder lernen ich hab das sonst mal so weggenommen die wollen gar nicht hier die gelbe paprika rote beete soll ich die mal düngen muss ich die immer düngen das ist ja auch doof und hier mit knochen soll ich das ganze mehl herkriegen obwohl man kann ja auch dünger nehmen oder mal knochen das da das stelle ich aus knochen her kann ich das noch irgendwie anders herstellen was sonstigen grippenmuschel knochen ach so okay gut das geht natürlich auch und der dünger ist ja auch gleichzeitig dazu da das weiß ich jetzt gar nicht wie mache ich mir den dünger aus knochenmehl natürlich aus knochen kann ich auch was anderes als knochenmehl das ist das pilze ein faden und leder aus pilzen geht das auch und fäden was das blätter blattpulver was mache ich daraus dünger brauche ich auch knochenmehl für also sonst könnte ich die nämlich auch so düngen ich frage mich wozu der gut ist der dünger ob der so effektiv ist wie der andere oder ob er sogar noch mehr effektiver ist so das ist noch dünger noch mehr werde ich mal versuchen die bäume damit zu düngen muss echt essen langsam vielleicht auch gleich ein brot habe ich nicht fleisch gebraten warte mal was war denn das mit kaktus kaktu das da kaktussuppe ist auch nicht so nahrhaft ne was kann ich denn aus stock noch machen es ist auch ein einfaches rezept karotten kartoffeln habe ich fleisch habe ich stock habe ich ein pot roast brauche ich ein pot für vier eisenwaren und einen stock mal gucken vier eisenwaren und einen stock das habe ich eigentlich noch in meinem buchsack ach die kaktien okay soja bohne haben wir noch stöcker da nehme ich die aus dem hier ach da sind ja auch noch stöcker eisen haben wir eisen zwei zwei eisen jetzt muss ich dieses projekt wieder nach hinten schieben weil ich nichts habe okay plan b plan b heißt brot kann ich mir aus rind ja das wäre gut ich habe keine zwiebeln da habe ich auch alles von aber ich habe kein ich habe das da nicht ich habe keine ziegel brauche ich acht ziegel für was habe ich gerade für ein rezept das da ach das ist ein pie das ist ein erbse kann ich mir das auch anders machen ein shepherd's pie habe ich ein erbsen tatsache ja gut ich mache mir jetzt einen davon dann sind die erbsen auch weg aber ich habe es dann mal gemacht ich will mal was kochen so lass mich ja das wollte ich mir ja erst machen so ein pot roast aber ich habe kein kein eisen für den topf das ist ein spinat 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 hier in hamburg in hamburg in hamburg würde auch gehen hohes rindfleisch und tost warte mal warte mal ähm nein nein ja groß rindfleisch und tost habe ich gesagt ne ja das habe ich hier fünf stück ähm kann ich da noch käse drauf packen aber ich habe keine pfanne ich habe noch zwei eisen kann ich mir noch eine pfanne hinstellen jetzt brauche ich aber wirklich langsam mal eine küche ne hier nein äh habe ich schon mal gesagt dass ich keinen platz mehr habe so ja die bäume müssen auch noch irgendwann weg ich hole einfach die amy vorbei die macht das dann schon ne keine ahnung ich muss ja erstmal nahrung finden ähm das kann ja nicht noch gebacken werden nebenbei so da haben wir auch noch acht zwei toast hätte ich noch ein paar mehr machen können mhm drei vier fünf sechs sieben acht na dann sind die wenigstens alle weg ach so hier ähm kann ich nebenbei noch eine pfanne machen war das nicht so 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 ja ist ein schwer das ist auch ein schwer hä so wir gehen an die pfanne oder skillet mein wegen reisen und stock habe ich doch hä so geht das nicht kann ich jetzt keine skillet mehr machen weil ich den anderen mod noch drin habe oh oh ähm mit dem stock geht es nicht flussschilf rohrbambus eisenwaren mal gucken wo ist denn mein schilf da kann ich das nicht kann man das nicht zusammen machen ne ähm oh wei solcher ein problem glaube ich äh ist auch so voll glück des mires 3 wenn ich einen ambass hätte hm die knochen kann ich mal eben verwertet so das tost ist durch na jetzt kann ich mir ohne skillet kann ich mir das ja nicht machen ich muss jetzt das tost so essen kann ich mal das tost noch was anderes machen ein hackbrett habe ich ein hackbrett ich habe kein käse ich habe keine ei habe ich vielleicht schon zucker zimt habe ich auch nicht was da ist gegrillter käse mit butter ich brauche wieder die skillet na so nochmal wo war das denn jetzt jetzt ist sie wieder weg ich bin gut warte hier so da ist die skillet hier die beiden und dann noch ein stock hier für kein katana ich muss jetzt schlafen gehen ach das ist ja wieder blöd du kannst nachts schlafen das wird erst ausstellen das wäre ein bisschen nennen 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 ich sollte aufhören auch damit sollte ich aufhören da wird mir nicht gleich was einfällt werde ich es essen ich habe eigentlich was anderes vorgehabt das ist ja auch nicht der richtige bambus doch das ist der richtige bambus warte mal mit dem kann ich das auch mal versuchen soo lass mich doch mal mit dem gucken wenn das mit dem jetzt auch nicht klappt dann weiß ich auch nicht stelle ich mich in die ecke und weine Ah, ein Skelett. Oh, Gott sei Dank. So. Jetzt haben wir eine Pfanne. Warte mal den Text da weg. Dann haben wir Dost. Dann haben wir rohes Rind. Aha. Zack. Kann ich dann noch Käse dazu machen? Das kann ich dann aus dem Hamburger noch machen. Warte mal. Haben wir oder haben wir nicht? Hamburger. Hamburger. Was macht man daraus? Ein Zwiebel? Ich habe keine Zwiebelringe. Coeslaw. Was ist denn Coeslaw? Ich habe keine Mayo und schwarzen Pfeffer habe ich auch nicht. Käse. Wie mache ich Käse? Mit Milch und Salz. Und einen Topf. Ah, ich. Wer ist nächstes Mal so? Gut. Jetzt bin ich wenigstens satt. So, den Rest tüten wir erstmal ein. Das habe ich da auch mal gespielt. Der Enigma. Ich erinnere mich. Gut. Was haben wir uns denn mit den Hamburgeren gerade gemacht? Getreide und Fleisch, ne? Ja. Große Rind. Siehst du, geht auch. Und sind sogar Pappen satt. Hm. Soll ich denn mal auf Eisensuche gehen? Weil sonst kriege ich ja keinen Topf. Das Weizen muss eh noch gedeihen. Ist doch schon was Neues. Allerdings. Kommen wir hier nochmal vorbei. Damit könnte ich natürlich nochmal ins Dorf rennen. Aber wir haben ja noch drei, ähm. Ne? Du hast ja gesehen. So, dann gucken wir hier nochmal nach. Ist der fertig? Kann ich jetzt ernten? Oh. Drei gelbe Paprika. Kann ich jetzt nicht mehr einpflanzen? Ach, da ist der Samen. Ja. Der geht manchmal einfach so weg. Kann ich die nicht? Ich möchte ja die Pflanze eigentlich stehen lassen. Ich hob doch als Gärtner nicht die ganze Pflanze aus, nur an die Beete zu kommen. Welcher Gärtner macht denn sowas? Ähm, ich glaube ich brauche eine neue Kiste, ne? Vielleicht lässt ich das mal ein bisschen sortieren, nach Nahrung und so. Und, äh, da drüben haben wir ja jetzt Erde und Holz drin. Dann haben wir noch ein bisschen Holz hier in der Tasche. Aus dem mache ich mal einfach noch zwei Doppelkisten. Obwohl ich wollte ja gar nicht... Ah, das war ja das Problem. Ich wollte ja gar nicht so viele Doppelkisten haben. Hm. Ähm, ja doch, scheißegal immer. So. Eine Doppelkiste. Da brauche ich eins, zwei, drei, vier. Brauche ich so viel Holz. Da. Okay, einmal eine Kiste. Wupp. Dann stellen wir da einfach Nahrung rein. Alles, was man essen kann oder was man zu essen verarbeiten kann, packe ich dann hier erstmal rein. So. Das ist jetzt bestimmt nicht alles dabei. So. Was ist denn das da? Mach mal weg. Okay. Daraus kann man Essen machen. Und... Und... Ich brome heute ein bisschen. Okay. Okay. Aus dem Appel kann man Essen machen. Aus der Karotte kann man Essen machen. Karotte. Weiße Wolle? Ne, aus weißer Wolle kann man kein Essen machen. So. Dann gucke ich da hinten nochmal. Ich glaube da hinten waren die Pflanzenkisten, oder? Ne, die Pflanzkisten hatte ich im Rucksack. Die Pflanzen hatte ich glaube ich nur im Rucksack. Ja gut, dann packen wir das da mit Pflanzengedöns wieder rein. Was wirklich eine Pflanze ist, kommt dann in meinen Beutel. Ich bin ja ein Beuteltier. Obwohl das Zuckerrohr hätte ich auch von Essen packen können. So. Hier nehmen wir einfach nur mal ein bisschen was raus. Was nimmt der sich raus? Ach, Kiwis haben wir auch noch. Werken die nicht an Bäumen? Nee. Kurz drüber nachgedacht? Nein. Jedenfalls nicht in Live in the Boots. Okay. Ja, das hier soll natürlich später das Lager werden, ist ja klar. Da kann ich jetzt noch nicht dran arbeiten, weil Nahrung, weil ich mir erstmal eine Basis schaffen wollte. Eine Nahrungsgrundlage sozusagen. Die quasi hier gerade noch drin steckt. Und ich bin mir mal eben auseinanderklappisch. Was soll denn hier noch drin bleiben? Loot. Monsterloot kann da rein. Oder sonstigen Krempel. Hat das nicht. Äh, sonstiger Krempel. Das ist ein Krempel. Oder das ist Krempel. So, dass ich erstmal nicht weiß, wohin damit. Das ist ja auch nicht so einfach, hier erstmal anzufangen. Und da ist ja so. Nee, das hat hübsch. Dann stellen wir uns mal vor, dass dies alles noch kaputt ist in der Arbeit. Denn dann sind wir nicht stark. Nee, das ist fertig. Dann sagen sie, oh, was ist das denn? Da hat sich aber was ausgedacht. Was soll ich denn mit Salz, Peter? Parsnip. Was ist? What? What is Parsnip? Parsnipping-Tool. Wo waren jetzt meine Pflanzen? Nicht im Beutel, ne? Okay. Die Salzlinge habe ich da auch drin. Die muss ich mal extra sortieren, glaube ich. Und sonst komme ich da ganz durch den Wind. Mit dem Knochenmehl kann ich eigentlich gleich nochmal loslaufen und die Bäume füttern. Das hatte ich ja sowieso vor. So, nehme ich mir nochmal ein bisschen was raus. Und packe gleich den Nonsens wieder rein. Ähm. So. Komisch, Musik heute. Ja, ich musste mittlerweile auch einen anderen Player mehr aktivieren, weil der alte, der ging irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht warum. Deswegen kann es sein, dass manche Titel unpassend sind oder vielleicht auch neu sind. Ich kann mich da gar nicht rein gehören. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Oh, Salz. Ach, Chili habe ich auch schon. So, jetzt bin ich aber auch gleich sortiert. Ich muss bloß jetzt mal hin und her hier mit den ganzen Sachen. Wie Der Fall ist ein bisschen구나. Onweilaga. So, jetzt bin ich bin nur hin. So, ich muss jetzt mal hin. Wie, ihr von das Team leben also Ning. So, jetzt noch aus wie JesusSIAL, 다. So, jetztدISHさい,net sind ein bisschen was. Also, KS vielmeck.